Hallo? Ach du Scheiße, wo ist Edgar? Wie ist dein Telefon? Hallo? Ich bin der Vater von Edgar, warte mal, ich ruf ihn schnell, Moment. Edgar? Ja? Da ist immer dein Telefon. Ich geh gleich dran, warte mal. Ajo? Schon guter Erwin? Ajo, grüß dich, du bist. Schon guter Erwin, Edgar. Na, na, wie geht's dir? Alles gut bei dir, Edgar.